Heute ist es mal wieder Zeit für einen neuen Vlog. Wir haben überlegt was machen wir und dann ist uns gleich eingefallen. Eine Sache haben wir noch nicht gemacht, nämlich wir haben euch noch gar nicht gezeigt, wie bei uns so ein ganz normaler Tag hier in Dortmund aussieht. Los geht's! Musik 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 Nein, weil der Eingang ist genau wo. Hier geht es auch weiter. So, wir laufen jetzt Basics, aber nicht einfach so neutral oben stehen. Zu Tango Charakter, so wie der Louis Armstrong jetzt singt. Verstanden, Katja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oder Power oficia – Parallel. Oder Power oficia – 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 Power oficia Chление bis zum Laufazen Hier ist der Füße deutlich. Es geht um die Einbräckung so zu berühren. Die Strecke Ja, aber die Zohr und die Charakter sind nicht einfach. Also was wir hier manchmal in der Eishalle finden, ist schon kurios. Manchmal bringt das uns auch was. Schaut selbst. Also ich würde sagen, safety first. Safety first, falls ich mal hinfalle. Muss ja alles schutzig. Ja, Helm. Schlechte Durchlüftung. Belüftung. Das ist unsere Musikanlage. Die Idioten sind sicher. Schauen wir mal, was haben wir denn hier alles drin. Bravo, Helm. Ist das die Kamera für dich? Äh, Kamera. Ähm, wie heißt das? Ja, drück drauf. Bedienung für dich? Drück drauf. Andere? Oh. Oh. Kann man das auch ausschalten? Mann, Mann, Mann. Was ist das denn? Falls man zwischendurch mal ein Bierchen oder so öffnen will beim Training. Natürlich alkoholfrei. Natürlich alkoholfrei, selbstverständlich. Schön isotonisch. Isotonisch und das ist auch gut, wenn wir mal Durchläufe gemacht haben, Art gearbeitet haben, dann ist das gut. Das geht direkt dem Muskel genau richtig. Yay. So, wir sind fertig mit dem ersten Training und was machst du, Tim? Ich geh jetzt erstmal was essen und dann sehen wir uns gleich beim, ähm, 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 beim Kondi. Und ich nehm euch gleich weiter mit. So, ich hab jetzt auch ganz schnell gegessen. Bei mir muss alles zacki zacki gehen. Ähm, und ich fahr auch mit dem Auto rüber, weil ich wieder spät dran bin. Und ja, das war nämlich euch rüber zur Massage. Bis gleich. So, ich bin fertig mit der Massage. Leider durfte ich nicht aufnehmen. Ähm, die Physiotherapeutin wollte das nicht so. Deshalb, sorry. Ähm, aber ich hab einfach eine ganz normale Massage bekommen. Und jetzt geht's auch schon weiter. Ah, und zu meinem Gesicht, ne? Ich lag mir die ganze Zeit mit Augen zu und jetzt bin ich so voll verschlafen. Ähm, wir fahren jetzt weiter zum Kondi. Also sehen wir gleich Tim wieder. Und jetzt geht's. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020